Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Ja, wo war ich? Genau, beim Bowling. Naja, lach erstmal hier, ne? Scheiß Zombie. Erstmal weiter, yeah. Das ist übrigens ein Minispiel, das man später spielen kann. Die roten werde ich mir für später aufheben. Ich will noch... Na, endlich eine normale Nuss hier. Da kann man ordentlich Geld schäffeln, wenn man das Spiel... Das Minispiel macht. Wo, weg. Ha. Weil wenn man eine Kombo macht aus den verschiedenen Zombies, also... Je mehr Zombies man gleichzeitig umnietet, desto mehr Geld bekommt man. Bam, 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 bam. So, du bist am nächsten bei mir dran. Ha, voll erwischt. Stirb. Ja, ja, die Minispiele zwischendurch sind auch ganz lustig. Sag ich mal, eine Sprengnuss. Gebum! Okay, hier ist nicht so viel gebracht. Weg da! So. Ach ja, diese Spiele. So, wat von lustig. Freu. Ähm. Da könnte ich jetzt eigentlich mal eine Sprengnuss dazwischen ballern. Bam. Ja, wenigstens habe ich den Hup weggebekommen. Ah, die Musik ist auch schön. Ich mag die Musik in dem Spiel. Die ist so fröhlich und so... Motivierend. So, ihr seid erstmal tot. Die Sprengnuss lasse ich. Du weg mit deiner scheiß Flagge hier. So, weg seid ihr. Juhu! Ich hätte vielleicht den... oberen Zombie... So. Juhu! Okay, ich habe eine neue Pflanze erhalten. Kartoffelmine. Explodiert bei Kontakt. Das Schafmachen dauert jedoch etwas. Juhu. Okidoki. Oh nein. Nein. Nicht du. Nicht du. Ich hasse dich. Ich hasse diesen Zombie. Äh. Nein. Jetzt kommen sie ja schon. Kartoffelmine. Und eine Walnuss davor pflanzen. Ja, diese Zombies. Ihr werdet gleich sehen, was die machen. Die sind richtig hinterfotzig. Äh. Jetzt bräuchte ich bitte... Nein, noch keine. Ähm. Da. Ja. Na los, Erbse. Schieß ihn tot. Mist. Ich habe mein Zuckerzeug vergessen. Hihi. Oh nein. Meine schöne Pflanze. Die arme Nuss. Lass doch die Nuss in Frieden. So. La la la. Ach ja. Okay, da brauche ich jetzt einen Nuss. Ja, ja, da habe ich eine schöne Überraschung für diese Sprung-Zombies. Die springen nämlich über Pflanzen. Also hier auch darüber. Über die... Über die Nüsse halt. Und dann habe ich dahinter hier halt die Kartoffelminen. Und das wird eine böse Überraschung für sie geben. Scheiße, das war genau falsch. Kass. La la la. Das müsste dich aufhalten ein bisschen. Wehe, du kommst jetzt schon. Ich warne dich, Junge. So. Nein, er kommt. Loh, ich mache ihn tot. Du schaffst das, Erbse. Ich glaube an dich. Geboom. Tja, und deshalb mag ich die Kartoffelmine so. Die das schon voll angefressen hier. Warum ich... Ach, verkriech dich in die Ecke und heul, du Emo-Pflanze. Nein, ich... Leute, ich habe nichts gegen Emo's. Ich mag Emo's sogar. Oh, ich kann ja schon neue Pflänzchen bauen. Okay. Yay, neue Kartoffelmine. Stirb, los, bevor du rüberspringst. Nein, Scheiße. Boom. Jetzt bist du erstmal tot. So. Neu auswechseln. Auswechselspieler, du bist dran. Los. Da kommt... Ja. Kommen sie ja alle wieder. Ach, ich hole euch mal eine Kirschpflanze rein. So. Ha! Und ganz schnell alle besiegt. So schnell kann es gehen. Nächste Pflanze. Hagelzuckererbse. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Fein schädigen und aufhalten. Super. Können wir gut gebrauchen? Nicht du schon wieder. Ich hasse dich. So. Ich freu mich, wann der P-Dave sich mal wieder meldet. Das werden wir in den nächsten... Moment. Acht Minuten versuchen herauszufinden. So. Komm in. Brains. Brains. So. Ja, ich lasse meine Pflanzen völlig ungeschützt. Jetzt bräuchte ich langsam mal eine... Erbsi. Erbsi. Und die Hagelzuckererbse mache ich davor. Und dann habe ich eine coole Reihe. So. Jetzt bräuchte ich wieder Sonnen, please. Mach den doch endlich putt. Na, danke. Ja, so beginnt jede schöne Defensive. Jetzt spiele ich noch defensiv, weil... Ich möchte jetzt nicht die Pflanzen... Äh, die Zombies abschlachten in den ersten Leveln, weil die sind doch noch so harmlos, diese Zombies im ersten Level. Aber ich sage euch, die Zombies im letzten, äh, späteren Levels... Ich bin ja noch nicht ganz durch. Die sind sowas von fies. Und hinterfotzig. Das glaubt man gar nicht. Mensch. Und nein, die ist schon wieder so demoliert da oben. Ja, ich baue es genauso auf wie das letzte Mal. Ich bin doch gerade so auf. Eigentlich dürfte ich mich nicht wiederholen. Das ist gegen... Gegen die Natur. Eines Let's Players. Glaub ich zumindest. Ich rede heute mal wieder. Nur Scheiße. Super. Und der kommt natürlich da, wo ich keine Pflanzen stehen hab. Dankeschön. Ich brauche die Hagelzuckererbse. Ach, nicht du. Boah. Boom. Okay. So. Jetzt brauche ich wieder eine Hagelzuckererbse. Es gibt insgesamt zwei Wellen hier. Eine Sonne, bitte. So. Ich kann hier auch noch pflanzen. So, jetzt ist meine... Schöne Defensive hier wieder aufgebaut. Also meine Verteidigung. Und hier hinten sind meine Angriffspflanzen. Und hier sind meine passiven Pflanzen. Austauschen. Das muss immer frisch sein. Ich brauche Frischfleisch. Ich brauche junge, neue Rekruten, die bereit sind, den Kampf gegen die Zombies aufzunehmen. Step. Ich lasse dich einfrieren durch meine Kraft. Eine Welle von Zombies nähert sich. Ja, das weiß ich auch. Ja, ich weiß. Ich bin überhaupt nicht gut im Berliner Dialekt. Ich möchte mich jetzt öffentlich dafür entschuldigen. Entschuldigen. So, die Welle ist jetzt noch nicht so schlimm. Ich hau' ich mal mit der Kirschbaum hier weg. So. Schade, ich kriege immer noch kein Geld. Doch nicht du schon wieder. Und nicht... Es kommen zwei... Oh, scheiße. Ich hab' keinen Bock. Geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Naja, jetzt hab ich dich da mit meiner Kartoffel hier weg. So. Stirb. Ach, nicht schon wieder zwei auf einmal. Bitte werdet... Bitte, bitte... Werdet getötet, bevor ihr drüber springt. Ach, nicht noch mehr. Ich kann das mal aufhören. So. Meine Defensive ist aufgebaut. Und die letzte Welle müsste jetzt nach vorne kommen. Brains. Ja, ich weiß. Brains. Nein, mein süßes Zeug. Ah, jetzt hab ich genug für eine Kirschbombe. What the fuck do you? Okay. Entschuldigung. Das ist mir jetzt rausgerutscht. Das... Da würde ich nur noch drauf hinweisen. Copyright by Shadow Soul. Der auch gerade Let's Playt. Und... Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich mach hier jetzt so indirekt Werbung für ihn. Er hat... Ich hab... Ähm... Weiß es... Er weiß es nicht, dass ich jetzt Werbung für ihn mach, weil... Er kennt mich ja nicht. Aber... Schaut seine Videos. Die sind wirklich super geil. Und abonniert ihn, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Der ist wirklich... Sauwitzig. Ich mag den. Und bam. Stirb. La la la. Mal los. Die letzte Werte schafft man auch. Langsam gehen mir diese Hochspringer auf den Gags. Ach ja, die Invasionslevels sind immer lustig. Wenn die Zombies versuchen, voll die Invasion auf unser Haus zu starten, mit voll der Riesenarmee in Anführungszeichen kommen. Wow, ich hab schon 600 Pflanzen. Zeit für eine Kirschbombe. Hey. Hey, das war jetzt unfair. Ich dachte, die wartet auf die Zombies. Scheiße. Naja. Okay. Das kann jetzt noch ewig dauern, Leute. Ihr könnt euch inzwischen eine Cola einschenken oder... Was ihr sonst macht. So. Stirb. Tod. Gut. Und ich glaub, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ich werd nur noch hier schnell die Pflanze vorlesen. Schnapper. Verschlingt einen Zombies, aber während des Kauens hilflos. Nein. Eimer Zombie. Naja, wir warten dann mit dem. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Amen.